Ich glaube, mit der Elf, ja, wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr viel reißen können. Absolute Legende. Also ich weiß noch, in dem Alter, sag ich mal, wo er gespielt hat, ich habe alles, glaube ich, geliebt. Die Trikots, die waren, glaube ich, noch ein bisschen mit Polsterung, kann das sein. Er war einfach ein geiler Torhüter. Also ich stand auch damals, natürlich nicht professionell, aber wenn wir halt draußen mit den Jungs gekickt haben, stand ich auch dem Tor und habe auch, glaube ich, Torwart-Trikot auch genau dasselbe von ihm gehabt, also nicht persönlich von ihm, aber gekauft halt und war mega. Also er ist schon eine Legende, würde ich sagen, und auch war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Torhüter. Ja, der muss natürlich mitkommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon hier ist, aber sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und eine Maschine, ich bezeichne ihn einfach nur als Maschine. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Menschlich sowieso auch. Auch einfach ein Baum, sag ich mal, in der Abwehr. Der ist mir sogar als Erster eingefallen, muss ich sagen. Von daher muss er auf jeden Fall mitkommen. Der steht sogar alleine da. Von daher hat er sich auch richtig verdient. Ich glaube, auch absolute Identifikationsfigur, vor allem in der damaligen Zeit. Auf jeden Fall hat er auch sehr, sehr viel, glaube ich, für den Klub getan. Von daher auch in die erste Elf. Ja, ich glaube, die Idee war, ich habe leider nicht mit ihm zusammengespielt. Ein paar aus der Mannschaft, mit denen ich noch zusammenspiele, haben das Glück gehabt. Ja, er muss einfach spielen. Aber Nuri, mit denen habe ich auch zusammengespielt. Ich weiß noch, damals, wo er das erste Mal bei den Provis mitgespielt hat, stand ich am alten Trainingsgelände und habe das erste Training zugeschaut von ihm und Sebastian Tirella, glaube ich, damals auch noch. Ja, er hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, in der ersten Trainingszeit direkt ein Beine gegeben, ein Mitspieler. Wer es war, weiß ich nicht mehr. Aber der muss natürlich mitkommen. Ja, also wenn du den nicht mitnimmst, dann darfst du gar keinen aufstellen. Ich glaube, wirklich die, kann man sagen, die Legende, was Spielminuten bzw. Einsätze betrifft, Tore, glaube ich, auch. Von daher gehört er auf jeden Fall dazu. Ich will mich da jetzt auch keinesfalls irgendwie einschmeicheln oder so. Aber den muss man natürlich mitnehmen. Die polnische Seite, die gefürchtete polnische Seite, würde ich sagen. Da hatte ich damals natürlich, wo wir oder wo ich gegen Dortmund gespielt habe und dann gegen die beiden mit klappbar viele, viele Probleme, glaube ich, war über Jahre hinweg, glaube ich, das unangenehmste Duo. Konnten einfach alles, würde ich sagen. Laufen, kämpfen, Fußball spielen. Dass du eine Kombi, wenn du die hast, dann bist du sehr, sehr gut. Früher absoluter Lieblingsspieler gewesen. Schnitzel, wie man ihn, glaube ich, immer genannt hat. Eines der besten Spieler, glaube ich, gewesen, wenn er richtig fit war auch. Und ich habe ihm sehr, sehr gerne zugeschaut. Deshalb bin ich leider noch auf der Bank. Aber für Thomas mache ich das sehr, sehr gerne. Ich denke, dass er auch, bevor er zu dem anderen Verein gewechselt ist, hier in der Meistersaison vor allem Dortmund überragend unterstützt hat mit seiner Unbekümmertheit, die er an den Tag gelegt hat, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Wie kann er immer noch, auch wenn es viele wahrscheinlich nicht glauben, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Ich habe Chappi genommen. Also Chappi und Kalle waren natürlich legendär zusammen. Aber Chappi war halt so ein Stürmer-Typ, den du kaum auch greifen konntest. Also er konnte Kopfball, er konnte schießen, er konnte den Ball abschirmen. So alles eigentlich. Eigentlich Kalle auch, obwohl Kalle, glaube ich, ein bisschen kleiner war. Aber ich nehme Chappi in die Startelf. Ich habe noch einen dazu geschrieben, nämlich Stefan Reuter. Jürgen Kohler ist ganz dicht dahinter. Er muss auf der Bank erstmal Platz nehmen. Ich möchte für dich auf jeden Fall. Du bist auch eine absolute Legende. Von daher darfst du dir natürlich nicht fehlen. Ich habe jetzt aber leider Leonardo genommen. Nimm es mir nicht übel. Kevin Großkreuz war auch so knapp vorbei. Das Regen darf natürlich nicht fehlen. Da muss ich sagen, Chappi spielt und Marcio und Kalle sind ganz, ganz nah dran. Aber müssen sie sich erstmal auf der Bank Platz nehmen.